Gemeinsam mit APX bei Axel Springer Porsche starten wir in dieser Woche ein neues Matchmaking-Format. Es heißt Mittelstart und hat zum Ziel, mittelständische Unternehmen und Startups enger miteinander zu vernetzen. Das Neue bei uns ist, wir haben vorher die Produkte der Startups angeschaut und wissen, welche mittelständischen Unternehmen diese Produkte gebrauchen könnten. Ziel ist es nämlich, Kooperationen anzustiften, um diese Produkte der Startups weiterzuentwickeln und den Mittelständern vielleicht auch ein bisschen mehr vom Startup-Spirit mitzugeben. Wenn Sie mehr wissen wollen, schauen Sie doch auf unsere Website.